Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch mal hier, wie man hier diese Apparatur hier baut, dass wir hier eine Wand haben. Hier ist ein Block drin und wenn ich hier oben den Knopf drücke, dann wechselt das Ganze zu, zum Beispiel einem Crafting Table oder einem anderen Block. Da könnt ihr dann selbst entscheiden. Das Ganze seht ihr nach dem Intro. So, eure Grundfläche sollte 5x4 Blöcke sein und dann braucht ihr hier vorne noch eine Wand, die jeweils 5x4 Blöcke wieder groß ist und hier oben der Block kann weg. So, als allererstes suchen wir uns hier die Mitte. Gehen da von einem Block nach hinten, danach kommt hier ein Pisten, der nach innen zeigt. Hier hinten den Pisten, den powern wir einfach mal irgendwie. Das können wir später wieder ausschalten, bzw. das müssen wir später wieder ausschalten. Danach kommt hier ein Pisten hin und hier hinten kommt auch ein Pisten hin. Danach kommt dann hier ein Block hin, den ihr mit dem Block vorne tauschen möchtet. Danach kommt hier oben 3 Blöcke hin, hier kommt der jeweils Redstone drauf. Danach kommt hier einmal eine Fackel hin und hier kommt auch eine Fackel hin. So, dann den Block, den wir hier oben weggemacht haben, da kommt dann einmal ein Spender hin, dass der hier ein Block versetzt nach hinten ist. Darauf kommt ein Trichter, danach kommt hier ein Block hin, eine Halbstufe hier hin, ganz wichtig, es muss eine Halbstufe sein. Danach kommt hier jeweils wieder ein Block hin. So, dann kommt hier ein Comparator hin, hier kommt ein Repeater hin, da nehmen wir einmal das Signal hier weg mit dem Redstone. Und dann kommt hier hinten unten ein Block hin und hier wieder ein Block, sodass wir dann hier hinten das Ganze so verbinden können. So, hier hinten kommt jetzt dann nochmal ein weiterer Block hin, hier kommt ein Repeater hin, da kommt einmal ein Redstone drauf, eine Fackel hier unten hin. Und jetzt kommen wir halt auch darauf, wieso wir diesen Pisten hier unten bepowern mussten. Denn wenn wir das Ganze jetzt nicht machen, dann zieht es hier diesen Block ein und, also es zieht jetzt den Block ein, das ist gut, aber beim Bauen halt wird es uns behindern. So, hier kommt auch einmal Redstone drauf, die Falte hier unten können wir wegnehmen und wir jetzt einmal hier oben den Spender hier bepowern und dann hier den Knopf drücken. Beziehungsweise hier muss natürlich erst ein Item rein, ganz wichtig, da muss irgendein Item rein. Und dann drücken wir auf den Knopf und dann wird der Block hier auch schon getauscht, hier mit dem Crafting Table und dann wieder hier zurück mit unserer Wand. So, das war es dann auch schon wieder von diesem Video. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen, abonnieren, kommentieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal, macht's gut, haut rein, ciao! Bis zum nächsten Mal.